Mit Fallout 4. So, ich drücke mal den Knopf. Was passiert hier gar nichts? Das geht ja super. Da werden die auf jeden Fall reingefahren. Die, die... Ah. Okay, das ist echt eklig. Wir fahren jetzt erstmal noch nicht runter, weil ich noch gucken will, was hier oben so abgeht. Man konnte hier oben, glaube ich, über diesen gesamten Raum drüber. Genau. Das ist echt eklig, oder? Ist das nicht krass? Die wurden von oben dann beobachtet, die Leute. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Testpersonen. Verurteilt wegen Serienmords im Bereich Washington. Darf nicht alleine besucht werden. Bei sämtlichen Gesprächen sicherstellen. Bewertung A22 zeigt höhere Gehirnfunktionen, aber schwache Konstitutionen. Proteinreiche Ernährung und Elektrotherapie. P-Sitzungen zur Behandlung der Muskulatur. Es sollte nicht zu lange dauern, bis die Überlebenschance seines Gehirns kein Risiko mehr für die Prozedur darstellt. Okay. Weiblich. Verurteilt wegen Brandstiftung. Hat ein Haus niedergebrannt. Drei Tote nur nähern. Wenn Testpersonen sediert. Fälle von Demenz in der Familie. Geistige Gesundheit könnte abnehmen oder Daten verfälschen. Terminierung erforderlich. Oh mein Gott. Verurteilt wegen Mordes. Weiblich. An einer Kellnerin. Neigt zu plötzlichen gewalttätigen Ausbrüchen. Testperson sollte durchgehend gefesselt oder sediert sein. Hochgradig emotional aktuell auf einem Cocktail aus Antidepressiva und Beruhigungsmitteln. Dr. Astle Ford beginnt psychiatrische Sitzungen, um herauszufinden, ob sie eine gute Kandidatin ist. Männlich. Verurteilt wegen Totschlags unter Alkohol-Einfluss. Testperson zeigt hohe Intelligenz und Wissen über Taktik. Über Taktik. Leichte Anzeichen von PTBS. Dr. Astle Ford untersucht und empfiehlt Behandlung. Wie ist das nochmal? Posttraumatische... Brunstmittelstörung oder so. Ex-Militär verurteilt wegen Totschlagsangriffen mit anschließendem Krankenhausaufenthalt und Tod des Opfers. Testperson ist hochintelligent und mental stabil. Eine geeignete Kandidatin. Okay. Okay. Gut. Frau gut. Frau Militär gut. Okay. Da geht's noch runter. Ah. So. Here we... Here we fucking go. So. Jetzt gehen wir da vorne mal rein in diesen Fahrstuhl und fahren mal runter. Ich dachte direkt da... Wir humpeln irgendwie. Vor allem das lag an dem Boden. Das heißt, wir kommen jetzt gleich in die Verarbeitungszentrale. Das wird echt eklig. Oh. Wie er chillt da. Wie er total chillt da drin. Beug dich. Ey da. Du wirst es jetzt schaffen. Du bist so langsam. Oh mein Gott. Irrmacher. 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 Gut. Dann lassen wir uns hier mal dekontaminieren. Speichern. Hier muss es doch irgendwo Gegner geben. Jetzt erschreckt uns Ada gleich wieder, ne? Wenn sie auf einmal auftaucht. Also die Fertigungsgasse geht hier lang. Und dann wird da hinten geteilt. Ach du shit. Also wahrscheinlich in... Umbringen? Nicht umbringen. Wir gehen mal rechts. Hier gehen wir mal rein. Okay. Hier oben sitzt bestimmt immer der führende Wissenschaftler am Tisch. So. Wieder einmal kommt es wegen Ausfällen bei der Ausrüstung zur Verzögerung in der Abteilung. Die Hirnextraktoren sind aber auch nicht auf eine solche Auslastung ausgelegt. Ich glaube, sie laufen seit einigen Wochen ohne Unterbrechung. Hirnextraktoren. Überlegt mal. Das sind die, die einfach das Hirn rausholen aus den Leuten. Und die laufen auf Hochtouren. Äh, ich glaube, sie laufen seit einigen Wochen ohne Unterbrechung. Meistens bricht einige... Meistens bricht einige Klinge, weil ein Schädel mal besonders hart ist oder die Hydraulik im zu arm versagt. Wenn das Rückenmark nicht richtig durchtrennt wurde und das Gehirn zu früh herausgezogen wird. Ich hoffe, Chiro Letty schreit uns nicht wieder an. Schließlich ist das nicht unsere Schuld. Wir hatten heute in der Extraktionsabteilung eine Menge Spaß. Ansel hat etwas Biogel mit Grenadine und Wodka vermischt und dann gefragt, wer sich traut, das zu trinken. Es war gar nicht so übel. Ziemlich dickflüssig und süß und genau mit dem richtigen Kick. Wir haben ein kleines Spiel daraus gemacht, einen Namen für den Drink zu finden. Es gibt natürlich jede Menge dumme Vorschläge, aber am Ende haben wir uns auf Extraktor Sunrise geeinigt. Blöd nur, dass wir das Rezept nicht an die anderen Abteilungen weitergeben können. Aber Biogel kostet ungefähr 2000 Dollar pro Liter und ich glaube nicht, dass Chiro Letty begeistert davon wäre, wenn wir ihr Budget wegtrinken. What the fuck, Biogel, widerlich. Heute hatte Halstie Geburtstag, also haben wir einen hirnförmigen Kuchen für ihn gemacht. Naja, sowas in der Art. Eigentlich haben wir uns eins der entnommenen Gehirne mit Zuckerguss überzogen. Oh shit, das haben wir Halstie aber natürlich nicht gesagt. Sein Gesichterstdruck, als er in das erste Stück gebissen hat, war echt zum Todlachen. Ist zwar schade um das Gehirn des Subjekts, aber das war es echt wert. Wir haben hier unten echt eine Menge Spaß. Ich hoffe wirklich, dass niemand aus unserer Abteilung versetzt wird. Wir arbeiten super zusammen und unsere Effizienz könnte kaum höher sein. Ja, laber dich, man. Ihr esst ja alles auf. Hoppala. Womack vom Hausmeister Service hat zu einem Kommentar fallen gelassen, dass es sich falsch anfühlen würde, die Reste der Testobjekte einzusammeln und im Ofen zu entsorgen. Und am nächsten Tag haben mich ein paar Leute aus der Fertigungsabteilung beim Mittagessen gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, die Hirne unserer Testobjekte zu entnehmen. Ich habe ihnen gesagt, dass mir das nichts ausmacht. Ich weiß nicht, wieso ein paar Leute scheinbar ein Problem damit haben, was wir im Rahmen des Projekts tun. Vielleicht sollten sie sich lieber woanders einen Job suchen. Glaubt ihr, glaubt ihr auch irgendwie, dass die das gar nicht wissen, was hier vorgeht? Ich meine, dass die hier unten gar nicht raffen. Die schreiben auch nur Testobjekte. Ähm, um Gottes Willen. Hier ist, glaube ich, einer geplatzt. Es wird nicht... Das ist eine gute Einstellung, Urdu. Das ist eine gute Einstellung. Ich glaube, die wissen gar nicht, was hier abgegangen ist. Oder an was für Leuten die das gemacht haben, die diese Tests eben durchgeführt haben. An was für Leuten. Der Riese... Oh. Da werden die dann reingezogen. Das ist der Extraktor. Überleg mal, du liegst da und dann wird an deinem Kopf rumgeschnitten. Also ich nehme an, man muss da schon ziemlich bei Bewusstsein sein, wenn nicht sogar zu 100%. Yay! Anissi Roletti, Chefwissenschaftlerin. Ich musste jetzt zum dritten Mal bessere Sicherheitsmaßnahmen beantragen. Unsere Fertigung ist sehr gründlich. Aber da bleibt immer noch der menschliche Faktor. Das sind kriminelle und labile Persönlichkeiten. Wissenschaftler sind nicht dafür zuständig, dass jedes Testobjekt ausreichend sediert ist. Mir wurden militärische Hilfe und Sicherheit versprochen. Aber wir brauchen mehr. Ich riskiere nicht das Leben meiner Leute. So faszinierend es ist, den menschlichen Geist mit Robotik zu verbinden. Manchmal wünschte ich, ich hätte mit diesem Projekt nichts zu tun. Ha. Tja. Bitte, ne? Aufgepasst. Aufgepasst. Nimm meinen Scheiß. Get my coat. Bitte schön. So. Was haben wir denn hier? So. Rekonditionierungsprotokoll. Hallo. Können Sie mich verstehen? Was? Wer? Also da, ich denke, die Gehirne wurden eingesetzt und dann versucht man eben mit ihnen zu kommunizieren. A22 ist das Testobjekt. Was? Wer, wer ist da? Wo sind sie? Ich kann nichts sehen. Oh Gott. Was haben, was habt ihr heute mit mir gemacht? Ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Ich kann meinen Körper nicht spüren. Ich kann überhaupt nichts spüren, was ist passiert. Bitte. Das ist schrecklich. A22, wenn Sie sich nicht beruhigen, muss ich Sie abschalten. Mich abschalten? Sie meinen mich töten? Oh Gott, bitte sagen Sie mir, was Sie mit mir gemacht haben. Schalte 22 ab. Subjekt sind stabil, ey. Ihre Bezeichnung lautet Einheit A57. Verstanden? Ja, A57 ist bereit für Befehle. Ausgezeichnet. A57, Befehlsdiagnose, CETA, einleiten. Verstanden. Zwei Minuten vergehen ohne Eingabe. Das dauert zu lange. Bitte antworten. Fehler. Es wurde kein Befehler eingegeben. Erwarte Einheiten, Bezeichnung. Verdammt. Ich glaube, das Kurzzeitgedächtnis ist hinüber. Ab in den Ofen. Probieren wir es mit dem nächsten. Oh mein Gott. In Ordnung. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen vor Ihrem Dienst in dieser Einrichtung? Negativ, Ma'am. Sind Sie sicher? Führen Sie einen Intensivscan Ihres Speichers durch. Es wurde uns gemeldet, dass sie bei Ihnen Unregelmäßigkeiten im Verhalten gab. Scan läuft. Bitte warten. Fehler. Unbekanntes Fragment entdeckt. Fee. Was? Das kann nicht sein. Meine Arme, meine Beine. Sie sind weg. Was ist mit mir passiert? Schalte ab. Aha. Da haben wir es. Das war Quadrant A so und so. Im Temporallappen. Kann jemand einen Techniker rufen, damit wir das Langzeitgedächtnis löschen? Demi das. Damit er das... Und sagt Ihnen, dass Sie Ihre Arbeit in Zukunft gefällig ist. Andere nicht machen soll ich was? So. Aufnahme läuft. Bitte wiederholen. Und ich habe gesagt, dass ich Sie töten werde, wenn Sie mich nicht wieder in meinen Körper stecken. Erst Sie und dann alle anderen hier. Interessant. Ihnen ist aber klar, dass Sie nur ein Gehirn sind, das an ein Stimmeninterface angeschlossen ist, oder? Sie haben also keine Möglichkeit, Ihre Drogen wahrzumachen. Ist mir doch egal. Ich finde schon einen Weg. Und wenn es soweit ist, sterben Sie alle. Als Erste. Wunderbar. Ganz wunderbar. Das Fehlen Ihres Körpers beunruhigt Sie nicht? Nein, das ist egal. Ich werde euch alle töten. Koste es, was es wolle. Schaltet jetzt ab. Ausgezeichnet. Sobald Kurz- und Langzeitgedächtnis gelöscht sind, ist das hier bereit. Ich empfehle, dass es Rawlings taktischen Team zugewiesen wird, sobald es in ein Chassis eingesetzt wurde. She, Bree, She. Ey, da hörst du das überhaupt, was ich hier vorlese. Hier geht voll der krasse Scheiß ab, Udi. Brudi. Da ist er hergekommen, ne? Ja. Okay. Das hier ist was? Robo Brain Extractor. Und das hier ist was? Cerebral Reconditioning. Okay. Warum auch nicht, oder? Aber hier ist niemand. Ey, da, da ist ja gar niemand. Wenn die alles mal mitkommt. Nehm ich alles mal mit. Und Schotter. Braucht eh nicht mehr. Okay. Was ist das hier? Echt ökelhaft. Blutpaket und Blutpaket. Nehme ich auch gleich nochmal mit. Da kann man nichts machen. Wow. Mit so veralteter Technik haben die hier gearbeitet. Shit, ey. So. Hier geht es weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keiner mehr ist. Hier muss doch irgendwo was sein. Ah. Schrott, bot Nase. Stand up, bitch. Oh, fuck. Ah, Achtung. Das macht irgendwas. You need to pay attention. Ist es down? Ist es schon down? Warum war das Robohin jetzt schon so gut wie weg? Das war ja praktisch schon tot. No, da können ich krieg's. Ist noch einer? Oh mein Gott. No, 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 no. You don't need to shoot me, please. Don't. Oh Gott. Ja. Woo. Boom. Kein Boom. Okay. Die sind so krass, man. Mit ihrem Kopfschussgerät. Komm mit, Ada. Ist der, ist der, vielleicht hat er hier Damage gefressen? Also ich fress Damage, wenn ich zu nah dran geh. Da liegen Leute rum. Da sitzen Leute rum. Der hat sich einfach hingehockt, um zu sterben. Warum auch nicht? Äh, 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 äh. Ist hier irgendwas? Kann ich jetzt hier öffnen? Nee, kann ich nicht. Wir checken trotzdem alles ab. Nein. Und nein. Weiter geht's. Halt. So, dann wurden die hier reingefahren, waren dann wahrscheinlich fertig. Hier werden die Gehirne dann eingelagert. Da oben. Krass, Mann. Wie viele Robohirne haben die hergestellt? Ist ja nicht mehr normal. Okay. Es hat scheinbar Status der Charge abfragen. Charge 1. Bestanden, bestanden. Okay, das ist, äh, ist uns jetzt eher egal. Achso, jetzt haben wir wieder das Problem mit der Sicherheitstür, ne? Die, die nicht richtig aufgeht. Okay, wir müssen kurz warten, Ada. Vielleicht geht's hier gleich... Na also, wir müssen da weggehen. Okay, also hier werden die dann einfach eingesetzt. Ähm. Warum kriegt ein bisschen Damage? Achso, das hat einfach noch keine Steuerung, ne? Ada! Greif auf, Ada! So. Aufgepasst. Zugriff! Ada! Zugriff! Haben wir nicht, haben wir nicht einen Schlag kriegen? Ich will den Totschl... Ich will das, ich will das... Nein. Wo ist denn jetzt? So. Wir haben doch irgendwie einen Schlag... Oh, Tesla-Gewehr. Peng! Naja. Gibt jetzt nicht so krass. Obwohl er schon... Naja, naja. Frisst er wenigstens ganz gut. Nicht wirklich, ne? Es ist ja auch eher eine Schrotflinte, haben wir ja gelernt, ne? Und es zieht auf den anderen auch rüber, seht ihr das? Ah jo, das hat den schon fast mitgefistet. Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Aber es ist schon eine Art Schrotflinte, ne? Und keine Snipe, oder doch? Es geht sogar über die Leiche auf den anderen rüber. Okay. Sind die da hinten auch alle noch alive? Warte mal. Ah jo, das ist alles... Aber ich kriege auch keine Erfahrung, ne, dafür. Naja, scheiß drauf. Ich behalte das Ding auch an, teste gleich, ob das eine Schrotflinte ist oder eher ein... Oder... Oder... Aufgepasst. Ja, Ada, ich meine... Oder ich hoffe, dass es jetzt endlich mal durch ist hier. Verschissen nochmal. Und wir jetzt dran können. Ich hab ihr schon so viel Zeug gegeben. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ich esse gerne weiter, wenn ich kann. Ja, das geht mir genauso eigentlich. Ich kann esse ich auch gerne immer weiter. Öffne das. Benutz das. Lese das. Mach das. Mach dich bereit, Ada. Okay. Oh Gott, es ist laut. Wir sind... Habe ich jetzt richtig abgespeichert? Ja, habe ich eben gemacht. Oh shit, Bri. Hallo. Du bist so laut gerade. Du bist echt furchtbar laut bei mir. Meine Schreckensherrschaft? Äh, Moment mal. Meine Schreckensherrschaft? Schreckensherrscher? Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlinden. Stell dich der Macht des Mechanists. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für allemal ein Ende setzen. Was da laberst du, ey? Was da, du laber? Nein. Erzählt der hier gerade echt? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Ernst? There are more. Oh my God, there are more. Ey, die Waffe ist so sick gegen die, ne? Hallöchen, Popöchen. Wir müssen mehr als den anderen. Komm mal, komm mal, mehr als den anderen. Äh, ja. Ich mach nämlich noch mit einem Dreifachschaden. Batsch! Okay. Oh! Ist das... Oh, oh, oh. Wir sind fast da. Alles cool, alles cool, nachladen. Ähm, Brilla? Sag bloß, ich mach ihr auch Schaden. Bam! Ähm. Shit, 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 shit. Krass, krass, krass. Okay, warte mal, warte mal. Okay, warte mal. Bam! Ich muss hier erstmal weg. Ich muss hier erstmal weg. Ich heb das alles später auf. Bitte schön. Erstmal meine Ultra-Hardcore-Grenade. Bye, bye. Bam! Ist schon echt sick, dass... Oh, hier oben ist auch ein Schritt. Kann ich hier irgendwie weg? Ne, ne? Okay, da ist zu. Aber so kann ich sie zumindest zwingen, dass sie zu mir hoch... Hallo. Hallöchen, Popöchen. Komm mal ganz hier hoch. Jawohl. Alter, der ist so krass, Mann. Okay, warte. Ich muss, ich muss, ich muss da mit unserer Ultra-Wurm ran. Und dann schön mit, mit Jet. Boy, boy, bitch! Oh, oh. Ist das nicht wirklich wie unsere Ultra-Wurm? Oh, oh. Nicht mehr. Fuck, fuck, fuck. No, 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 no. Fuck! Ich hab oben gespeichert, keine Sorge. Alter, was ein Fight. Okay, okay, ähm. So, einmal schön die Ding nehmen. Alter, 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 der haut mich so rein. Okay, okay, okay. Jetzt nehm ich wieder den Jet. Jet, Maddox. So, let's go. Ähm. Ich lade jetzt erst auf, okay? Ist der gerade... Ist der gerade so krass am Hasseln? Guck mal, der hat mich killt. Boah, 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 boah. Stink, 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 Stink. Oh, um Gottes Willen. Ja. Ja. Wow. Okay, wartet kurz. Nachladen. Volle Speicherung. Ach, du Scheiße. Okay, ich nehm wieder diese, diese, diese Spulen-Gewehr. Das Tesla-Gewehr. Weil das so geil auf die Kleinen überspringt. Also vor allem, wenn wir ne kleine Gegner haben. Auf, Bord. Die sind so leicht zu ersetzen, weißt du. Initiiere Selbstzerstörung. Kommt 001. Natürlich mein ich nicht dich, Sparks. Wie kann ich die denn? Schnappen Sie die, Sir. Ähm, was war das jetzt, bitteschön? Beeindruckend. Aber ich glaube, du hast deine Situation noch immer nicht völlig verstanden. Was, was, was denn überhaupt? Da war doch jetzt gar nichts. Was war das, bitteschön? Beeindruckend. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen zehn neue. Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich tot bin. Aha. Sparks, um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter. Vernichtet ihn. Das ist aber nicht persönlich gekümmert, wenn, 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 wenn du sagst, Gott, meine Roboter füllt mit ihm. Das ist doch nicht genau die Percy in den Bild. Aktiviere die Tesla-Gewehr. Alter, was für Tesla-Spulen. Was erzählst du schon wieder für einen Schmarrn? Ich habe mich seitdem das nicht... Au, 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 wo? Wo, wo, wo? Guck mal her, Ada. Oh, fuck. Das ist ja gar nicht die Ada. Da. Ich lasse jetzt mal alles liegen. fürs Erste. Oh, hallo. Direkt über mir ist so ein Auslass von denen. Klasse. Guck mal her, Augenböttchen. Bam! Da eben jemand ne... Oh, nein. Ach halt, der ist low, der ist low. Guck mal, der geht schnell down. Ich liebe ihn, Critical. Oh. So low ist er gar nicht. BAM! Nix der Abwurf auf deinen Kommando. So sieht es nämlich aus. Dein Strom ist gleich weg, du Wurst. Und dann will ich mal sehen, wie du mich dann fühlstest, na? Guck mal, wie er abgeht. Der hat schon Angst. Der hat Angst. Guck mal auf. Guck mal auf, so rumzappeln. Ada, da kommt irgendwas. Oh, um Gottes Willen. Schnell, 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 geh hoch. Schnell, 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 geh hoch. Ein Duell-Bot. Nein! Oh, nein, der schießt. Au. Ich hab ihn jetzt 40 Mal nicht gebrochen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ey, der gibt ihm alles, was du hast. Nice. Achtung, der geht hoch, ey. Der geht hoch, der geht hoch, der geht hoch, der geht hoch. Oder auch nicht. Okay, scheinbar nicht. Stromreserven bei null. Warte mal kurz, wie viel haben wir noch? Okay, wir können noch viel nehmen. Was? Achtung. Oh shit, ich weiß schon, warum du Achtung sagst. Haha. Alles! Sparks! You need to shoot me, Sparks! Die sind ja gar nicht fertig gebaut, deine Boys. Da unten ist auch noch einer. Der ist schon tot, okay. Alter, der Sieg geht so ab, ne? Gegen diese mittelstarken Rassengeräte, glaube ich. Ey. Haben die hier Minenleger, oder was? Das ist ganz schön frech. Haha. You're going to die. Free Maus, Phil. Da ist noch einer. Hinter dir! Hinter! Ey, der macht ja mal down, der da close ist. Ey, die sind so low. Und der spackt ja immer noch ab. Nein! Das ist einfach die Low-Dinger. Mit dem Fuß. No! Ich hab dich am Sarg, du kleiner Furz. Ich komm zu dir rein. Und mach's kurz. Dann den Notfallstrom. Zählt ihn. Du darfst gar nicht. Den Notfallstrom. Schie! Oh, schie! Das ist noch nicht vorüber, Bösewicht. Ich werde erst ruhen, wenn das Commonwealth dich los ist. Was laberst du überhaupt? Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Nun gut. Ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Ja. Erst wachs. Verdammt nochmal. Hör mir endlich zu, Heidenei. Weißt du, die ganze Zeit, du bist so böse und du machst alles kaputt. Dabei bist du doch der Fisterich hier. Ah, okay. So sieht's nämlich aus. Zack und tot. Hahaha. Hier sind alle schon down, Mann. Ich hab alles gefissert. Ich hab gewonnen. Wer bist du? Meinst du nicht, dass du langsam deine Maske ablegen solltest? Du hast recht. Ha! Ich bin Isabel Cruz. Der Mechanist war für mich nur eine einfache Möglichkeit, dem Commonwealth zu helfen. Aber trotz all meines technischen Wissens, all meiner Ressourcen, bin ich dennoch gescheitert. Wie soll das Commonwealth nur Hoffnung haben, wenn es Menschen wie dich gibt? Was erzählst du für ein Schmarrn? Hey, ich bin nicht der Fein. Ich versuche das Commonwealth gegen deine Roboter zu beschütten. Sie haben Unschuldige getötet. Meine Freunde. Sie waren einfache Händler. Alle getötet von ihren Robotern. Das kann nicht sein. Erklär mir, was du meinst. Ja, ähm, wie gesagt. Sie interpretieren ihre Befehle falsch. Dein eigenes Robohirn sagt das. Sie retten Menschen, indem sie sie töten? Sie retten sie, indem sie sie töten? Nein, das... Die Logik. Sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag. An einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht. Die oberste Direktive war fehlerhaft. Ja? Ja? Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich. Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier. Und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen. Oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Ja, bin ich ja auch dafür, Mademoiselle. Aber sie kann doch nicht erzählen, dass sie das nicht gewusst hat. Also diese Augenbots und sowas. Sie hat doch überall alles mitbekommen. Das endet nur in Gewalt. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Ich... Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Äh, ja gut. Dankeschön, du. Hey. Hey. Mit dem Passwort kannst du die Sicherheit deaktivieren. Dann gehört die Basis dir. Oh, die nehme ich doch gerne mal. Hast du da kleine Männer sitzen, die das für dich machen hier? Du bist ja echt eine freche Frau, ne? Kannst du ja runter. Hier ist eine Wand, ne? Okay. Gut. Dann überschreiben wir mal dieses Teil mit den ganzen Säcken an uns. Mit dem Master. Ah. Ich weiß nicht, wann ich gespeichert habe das letzte Mal. Habe ich eben gespeichert? Das ist doch ein verschissener Scherz, oder? Ja, sehr gut, habe ich. Ist das ein Scherz, oder was? Es kann doch nicht sein, dass wir bei jedem zweiten Terminal hängenbleiben. Ist aber auch irgendwas Unsichtbares. Ich will vorne dran, da geht neben dran. So, das gehört jetzt mir. Dem Basis gehört jetzt mir. Okay, gut. Jawohl. Äh, Fertigungsbahnsteuerung. Fehler. Sicherheitssteuerung. Fehler. Das ist ja alles im Atem. Ja, macht irgendwas. Los. Ey, Leute, ich stuck. Ich, das ist ja gerade der Scherz des Jahrhunderts. Ey, was ist denn das, bitteschön? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier dann am stucken bin. Das ist ein wichtiges Terminal, das ich auf jeden Fall benutzen muss. So, wir drücken uns hier mal kurz durch. Bla, 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 bla. Jetzt. High Deny. Direkt Hardcore speichern. Also das ist schon... Also diese... Solche Bugs sind wirklich Game Breaking. Wenn man da zufällig nicht irgendwie die richtige Anzahl an Speicherungen hat, dann ist man echt gefistet. Dann kannst du nichts mehr machen. Dann musst du von vorn anfangen. Ja! Achso, halt, ne Zeichnung. Hör mal hier mal rein. Achso. Das ist aber nicht auch noch verbuggt, sage mal. Was hab ich jetzt hier eben aufgehoben? Sag mal... Ey, das ist doch echt ein verkackter Scherz, oder? Scheiß, mir gleich ruht in die Hose. Das gibt's doch gar nicht. Der Bildschirm ist einfach zu hell. Man sieht nichts. Ja, schreib, schreib, schreib. Ich muss jetzt vor jeder Kleinigkeit, die irgendwas verändert, direkt speichern. Also, speichern. So, speichern. Fuck. Jetzt hab ich nicht geguckt, wie das heißt. Das find ich doch niemals wieder. Oh Gott. Also, was ist das Ding hier? Aufzeichnungen des Mechanists. Kann man wirklich wunderbar lesen. So. Aufzeichnungen des Mechanists. Na also. Eintrag 1. Ich habe endlich eines der Terminals zum Laufen gebracht. Hoffentlich habe ich beim Rest der Einrichtung auch so viel Glück. Dieser Ort hier ist unglaublich. Ein ganzer Flügel nur für Robohirn, Forschung und Entwicklung. Ich habe noch nie solche Roboter gesehen, außer in ein paar Comics. Und die Gehirne. Nach all dieser Zeit sind sie noch immer gut erhalten. Ich kann es gar nicht erwarten, mich in die Bauplaner zu stürzen, selbst einen zu erschaffen. Das Potenzial der Robohirne scheint grenzenlos. Ich konnte ein paar von ihnen so weit verbessern, dass sie einige der einfachen Arbeiten hier erledigen können. Und möglicherweise bringe ich diese Einrichtung schon nach. Auf Vordermann, als ich gedacht habe. Ich habe eine neue Mission. Die Sicherheit des Commonwealth. Ich glaube, ich kann die Roboter hier so programmieren, dass sie in der Umgebung auf Streife gehen. Vielleicht bis zu 15 Meilen weit. Ich lag im Bett und starte auf die Poster, die ich gefunden hatte. Und da wurde mir klar, ich kann wirklich etwas bewegen. Ich werde mir die Mechanist-Rüstung auf die Zeichnung bauen, die ich gefunden habe. Der Mechanist-Anzug ist sogar noch besser geworden als erwartet. Sparks quittierte es mir mit einem sehr zufriedenen Piep. Ich habe ihn sogar mit einem Stimmverstärker ausgestattet. Seltsam, wie selbstbewusst ich mich daran fühle. Als wäre ich eine andere Person. Ja, du klingst schon ziemlich männlich. Speichern. Haltens doch mal die Guschen. Haltens doch einfach mal die Guschen. Das Ding gehört in ein Museum. Ich labere gleich mit dir. Ich will noch kurz gucken, was das hier abgeht. Geht es hier dann raus oder was? Ich denke, hier gibt es dann komplette... Ah, hier ist die Roboter-Werkbank von ihr. Jawohl, Miniatum-Bombe. Ist schon mal nice. Sicherungen sehr schön. Noch eine Sicherung sehr schön. Wie gesagt, eine Robocock-Werkbank. So. Wir gucken kurz, ob die Mechanist-Hunter noch was zu sagen hat. Hey, noch eine Sache. Ja, bitte schön. Ja, kurz. Kurz. Was gibt's? Das Spiel. Eine Sache noch schnell. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hierbleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben. Als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Aha, reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15%. 15%. Warum auch nicht? Charisma? Wohl kaum. Danke. Danke. Ist schon gut. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Na, sicher, Mann. Die müssen wir alle zerfisten. Sicher. Super. Moment. Ich habe hier mindestens zwei Roboter. Vielleicht auch mehr. Behalte das im Kopf. Okay, abtrünnige Roboter. Alles klar. Das sind dann einfach die so krass, wie die hier überall rumsitzen. Gleich, Ada, eine Sekunde noch. Ist das jetzt hier alles offen? Ja, das ist jetzt hier alles offen. Dann ist es da oben bestimmt auch offen. Ha. Hier wollte ich nämlich noch kurz reingucken, bevor wir die Folge beenden. Achso. Ada, wir tragen zu viel rum. Ach, ja klar. Da sind wir ja schon durchgekommen. Den Weg kennen wir ja schon. Tragen? Wenn wir immer meinen ganzen Scheiß tragen. Ja, 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 ja. Ich habe hier Mods für dich. Und das weitere noch einige Sanjurot. Krass, die kann so viel tragen. So, okay. Dann haben wir hier noch die ganzen Sachen von denen. Von den Jucklern. Aber es scheint, als wenn schon einige verschwunden wären. Okay, sieht so aus. Ist das jetzt hier eine Basis? Ich glaube, das ist dann eine richtige Basis, ne? Oder auch nicht? Sven könnte es erzählen als Basis, in der man bauen kann. Äh, ja, Ada. Noch zu guter Letzt. Komm her. Hey. Hey. Aber sicher. Hey. Hey, du hast doch... Ada. Schön, dass Sie wieder da sind. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Du warst doch dabei, what the fuck. Ich habe ihr die Augen geöffnet. Sie tritt ab. Also war der Mechanist tatsächlich viel geleitet. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Ähm, ja. Sie wurde von ihrer eigenen Logik getäuscht. Sie dachte wirklich, dass die Menschen... Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Für den guten Menschen brachte der Mechanist Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche... Gräueltaten ermöglicht hat. Ja. In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hatte einen Fehler gemacht. Einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth hier sicherer ist. Hätten wir die Roboter des Mechanists nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten. Wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich ihnen zu verdanken. Ha. So, sehr schön, Ada. Wir haben es also geschafft. Guck mal, da hinten ist es auch offen. Das geht jetzt hier ab. Da geht es hoch, okay. Naja, Leute, Leute, Leute. Ich mache ja mal die Folge zu Ende und dann gucken wir uns das nächste Mal hier weiter um. Wir haben ja jetzt verschiedene Ausgänge, so wie es aussieht. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen es zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ja, danke.